So, hi und hallo mal wieder. Heute geht es mal wieder um Wundertüten und zwar von Lissi. Wie ihr seht, ist das eine reine Mädchen-Wundertüte. Ausgabe 6 für 3,50 Euro mit coolen WM-Ketten. Das ist die Tüte von vorne. Das ist die Tüte von hinten. Ich habe mal drei Tüten besorgt, um euch zu zeigen, was da drin sein kann. Wollen wir die erste Tüte mal öffnen. So, in die erste Tüte ist ein Magnetarmband. Hallo Kitty-Anhänger. Die normale Zeitschrift. Keine WM-Kette. So, machen wir die zweite Tüte mal auf. Das gleiche Magazin. Das gleiche Armband. Und der gleiche Anhänger von Hallo Kitty. Mal die Zeitschrift aufmachen, ob noch was versteckt ist. Es ist nichts versteckt. So, jetzt öffnen wir mal die dritte Tüte. Vielleicht haben wir den Jackpot gezogen und alles drei dasselbe. Nein. Hier ist drinne. Oh, wie schön. Zwei Plastikstifte. Radiergummi. Sticker. Und dasselbe Magazin. Also, wie ihr seht, mehr ist in dieser Wundertüte nicht drinne. Ob euch das reicht, müsst ihr selber wissen. Ich würde sie mir nicht nochmal holen. Also, achtet auf meinen nächsten Tats und Einkauf. Wie immer, guckt hin und schaut zu.